Mann Walter Bringt nix Ist deine Karre nicht noch im Pound? Scheiß auf die Karre Kannst du benutzen Kannst du jetzt erschießen, mach was du willst Erschieß mich, komm Erschieß mich Ich zähl auf 3 Wenn du mir nicht erschossen hast, dann erschieß ich dich 1 Ich krieg dich, überhaupt kein Problem 1 2 3 Gott Erschieß wirklich Erschieß wirklich Erschieß wirklich Ja, ich hab das ja gesagt, das was wir hier schießen Geht die Lobby Oh la Was ist das denn? Ich hab dich vorgewarnt Ich war schon hinterm Busch, Alter Ja Warte Jo, ich seh, Alter, das ist die Richtung Äh, ich seh, Alter, das ist die Richtung Südosten und dann Ja, bitte markieren umgezogen Markiert doch bitte einmal, mit den Gradzahlen ist eh von dieser Fiktion anders G2 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 Ja, er läuft halt an der Lagerhalle Ja, ich seh, was machst du Dein Mainrotor am Arsch, oder was? Haben sie hier kaputt gemacht hier Wo ist er denn jetzt? Ich hab auf dem Sicht verloren Ich hab gestorben 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 Ja, haha, er nimmt sie wirklich Ist der Link? Ja Gut, dann nehme ich die auch mal und dann nimmt die AK Haha Ich hab doch mal gespielt, komm LOL Jo, krass Ich bin tot, ne? Jawoll Ich hab gestorben Wo mein Chef? Wo bist du denn gewesen? Ja, hinten Ich bin die Polizistin und du bist der Torel Ja, ich hab doch gesagt, dass ich das Sport bin, oder? Ja, ich hab doch gesagt, dass ich das Sport bin, oder? Ja, Alter, überzeugen Sie es jetzt mal Wer legt uns? Ja Wer legt uns? Ja So schnell mal Wie gehen denn jetzt noch an der Bank? Viele Kotz Ja, und von uns? Wenig Ja Ob das jetzt überhaupt mit meinem MK1 geht? Nein Ne, ne, hau ab Es war wieder Unser Problem ist, dass der Hunter-HMG immer da ist Wollen ist das Tacklen der Motherfucker ist Hunter-HMG ist jetzt der 90er Junge Der hat uns dann jetzt eh runter geholt Hättet ihr doch noch gekriegt, den Officer Mann Aber der konnte mit dem festlegen Aaaaaaah Aaaaaah 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 Was explodiert denn da hin? Hallo? Ah, hallo, hallo Ah, sind doch Sind er? Jaaaa Äh, du willst doch nicht mit Ja, was ist denn mit dem Auto? Der steht da vorne Der steht da vorne Ich sehe mal, dass wir nicht mit dem eigenen Geld kaufen Jetzt habe ich da Und wir bezahlen, dass wir kein Geld mehr gekauft Und wir wissen jetzt Leute Den meisten sind mal auf dem Und die sind da so wie ich Und die haben einen Wagen verdichtet Aber ihr Fahrzeug ist nicht in Ordnung Weil ich das im obersten Gewicht genutzt habe Okay Aber wo steht denn ihr Fahrzeug? Wie bitte? Wo steht das Fahrzeug? Von innen Na das hier ist mein Fahrzeug Ja, das schaut doch genauso aus Ich hab's wieder neu kaufen Wirklich? Neu? Ja, ja, das hab ich schon gekauft Was bitte? Okay, alles klar Versteh Das ist wieder ein neues, der Wo ist die neu kaufen? Das hat ein neues Facelift und so Versteh, versteh 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 Die Leute, die gerne ihre Waffenprodukte verstehen können Und den jetzt wüsst du den aber nicht abplanen, ne? Was will ich? Du wüsst jetzt den aber nicht abplanen, oder? Ach Ich mein, die Möglichkeit hast du jetzt hier Ja Oh Gott Wurs Millen Wurs Lauf Die Ferien Union Ich hab damit nichts zu tun Ich fahr wieder weg Hab grad Sschirs gemacht Ich hab ein sehr nervösen Finger, das wollte ich tun Sie haben einen sehr nervösen Finger, warum schießen Sie denn bitte auf mein Depp für die Finger? Hab ich aber nicht schon so gesehen. Ich dachte, er wollte auf mich schießen. Ich hab mich bedroht gefühlt. Ich wollte hab mich ? Was in your mind is the night where you decide Could you be one, could you be one? I have no idea, I have no idea They have to stand up early What's up? What's up? I'm going to get up, dude I'm perfectly landed Oh die Ja Das gute schöne Roadplay Sargent mit 7,62 Ja das mindestens das Roadplay natürlich nicht Das quatsch War dick Das gibt super RP Da die ganzen Sargent sind auch schon auf 300m 100m Ich bin so richtig schön mit der Direct Damit nur ein Grupp Vor allem nicht auszuspressen RB, FGP Muss ich mir erstmal einprägen Wenn ich hier Ansagen mache Ich hab immer FGP in Kanzel gesagt Ja hab ich auch mal gemacht Vor allem ja ich sag so Überfall Cops, FGP RB RB Medic, hier Medic, ich liege neben dem Auto Danke Oh Scheiße ich hab nur noch 5 Essen Jungs ich hab nur noch 5 Essen Jungs ich hab nur noch 5 Essen Sorry Ähm ja keine Ahnung Null Essen Sorry Ja 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 Ich hab null Essen keine Ahnung Ob ich das in mir lebt wenn ich aufstehe Der schon kommt zum Knapp Sorry aber ich konnte nichts mehr essen Ich war nicht auf den Beinen Ich bin Ich bin gestorben Ich bin gestorben Soll zwar nicht so gut sein wie Shadowplay Aber ist ne Alternative Ja und tuck Ab praw Das ist Knapp Platz Hallöchen Hallo Euro соп Ich bin jetzt ein VDM, wieso bin ich ein VDM? Weiß ich heute? Modi-Maddick den du überfahren hast? Naja gut, ist 1 gegen 1 gewesen. Du hast doch aber auf Hoku oder Starf. Einer ziehn heute unterwegs, gibst du doch mit dem Co-Cut gefahren... Nööööö. Wieso? Das wäre ja ein illegales Fahrzeug. Also, nee. Die Karte darf ich gar nicht fahren, also ich darf nur Einsatzfahrzeuge benutzen. Nein, aber nett. Ja, da war auch ein gewisser ABAC als zu die Löwchen. Aber ohne ABAC-Formnahmen. Da war so ein komisches RB. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Vor allem hier mit Spenden. Beim ABAC ist es wieder... Oh Gott, das ist 2 Grad nass. Bitte?